Konstantin Rausch, herzlich willkommen hier in Nürnberg. Erzähl mal, was waren für dich die Gründe zu sagen, du kommst zum FCN, du schließt dich der Mannschaft von Robert Klaus an. Vielen Dank an erster Stelle. Die Gründe waren eigentlich ganz, ganz einfach. Es ging dann irgendwann los und wurde dann relativ schnell alles deutlich. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken, es waren wirklich tolle Gespräche mit Dieter Hecking, Olaf Rebbe, dem Trainer und seinem Team dahinter. Der Herr Rebbe hat mit meinem Berater tolle Gespräche gehabt und dann auch ich mit dem Trainer und mit Dieter Hecking, wie gesagt, und dann ging das eigentlich relativ fix alles und ich war total überzeugt. Du bist ein Spieler, der schon relativ viel Erfahrung hat. Bundesliga über 200 Spiele, bei Hannover zum Beispiel gespielt, bei Köln. Was kannst du dir für Erfahrungen der Mannschaft, der relativ jungen Mannschaft noch mitgeben? Was sind so deine Qualitäten, die du mitbringst? Ich glaube, A ist natürlich auf dem Platz. Ja, da möchte ich schon zeigen, wo meine Qualitäten und meine Stärken liegen. Damit möchte ich der Mannschaft helfen. Das ist natürlich dann auch das Wichtigste. Auf der anderen Seite, wie du schon angedeutet hast, bringe ich glaube ich eine Menge Erfahrung mit, durch die ganzen verschiedenen Vereine, wo ich A gespielt habe, mit einer Auslandserfahrung zusammen und zum anderen Teil natürlich die Spiele, die ich auf dem Buckel habe. Von daher glaube ich, kann ich auch neben dem Platz sehr viel tun und werde das auch definitiv ab morgen sofort anstreben, dass ich einfach für junge Spieler da bin, die vielleicht noch nicht diese Erfahrung auch haben können. Wenn sie auch mal Fragen haben oder sonst was, glaube ich, bin ich neben und auf dem Platz einer, an dem man sich immer wenden kann und möchte da auch die Verantwortung übernehmen. Was zeichnet dich denn als Spielertyp bzw. Auf und Absatz des Platzes aus? Bist du da eher der ruhige Typ? Bist du der Lautsprecher, der Spaßvogel? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, auf dem Platz bin ich schon so ein Lautsprecher, ein Motivator, auch in der Kabine, wenn es um Fußball geht. Wenn wir außerhalb vom Platz sind, bin ich ein wirklich sehr spaßiger Typ, ein, glaube ich, ein ehrlicher Mensch, wenn ich das selber so von mir sagen darf, mit dem man wirklich Pferde stehen kann, auf positive Art und Weise und habe da eigentlich in meinem ganzen Leben, auch in meiner Fußballkarriere immer ein positives Feedback bekommen und ich hoffe, dass ich das auch hier bestätigen kann, dass ich als Kerl nicht so verkehrt bin. Du hast das schon angedeutet, deine Auslandserfahrung. Du hast bis Januar, bis Anfang des Jahres noch in Russland gespielt. Jetzt ist schon mehr als ein halbes Jahr rum. Wie ist dein Fitnesszustand? Da fragt sich der eine oder natürlich, bist du in einem trotzdem top körperlichen Fitnesszustand oder wie ist da der Stand der Dinge bei dir? Definitiv kann ich das Ganze nachvollziehen. Ich meine, ich habe es selber spüren müssen, wie schwierig das dann war mit dem Ende meines Vertrages im Winter. Das ist schon eine Weile her und deswegen habe ich auch damit angefangen, dass mich, wie gesagt, bei Herrn Hecking, Herrn Rebbe, Trainer und seinem Team, meinem Berater Salih Karak, die da einfach tolle Gespräche miteinander hatten und dann mir dieses Vertrauen entgegengebracht haben. Das ist für mich wirklich eine Menge wert und das werde ich zurückgeben und ich hatte unheimlich viele Momente, wo ich individuell beißen musste, um einfach diesen Fitnessstand zu haben, den ich heute habe. Ich war jetzt in den letzten knapp vier Wochen bei Emilia Bielefeld im Mannschaftstraining. Ich habe da auch Trainingslager hinter mir, von daher bin ich so gut wie bereit. Natürlich kommt der Rest über die Spiele, aber um die Frage direkt zu beantworten, ist mein Fitnessstand, glaube ich, sehr gut. Du hast es auch schon angedeutet, ab morgen geht es für dich los. Wie sehr kribbelst du? Wie sehr freust du dich auf die erste Einheit da mit den Jungs? Ja, unfassbar. Ich war ja auch gerade im Stadion und das ist definitiv nichts für mich nach wie vor. Meine Beine haben gekribbelt. Ich wollte unbedingt helfen, speziell nach dem 1-0, ging es ein bisschen hin und her. Da wusste man nicht, kommt das 1-1 oder machen wir das 2-0. Da hätte ich wirklich gerne geholfen. Also ja, ich bin einfach voller Taten dran und möchte mich so schnell es geht einbringen. Dann sagen wir nochmal herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zeit mit dir. Vielen Dank, ich freue mich auch.